Ich bin der Maik Brunner, 30 Jahre alt, bin seit ich 11 bin bei den Goldseasen. Ich bin Ludwig Bössl, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin der Jonas, ich bin 18 Jahre alt und ich spiele seit 3 Jahren bei den Goldseasen. Ich bin ein Freireiter, seit 2,5 Jahren bei den Goldseasen und bin 18 Jahre alt. Das ist Ihr Geschäft. Meine Art ist EU-Defense und mein Zugzugfahrt. Ich bin Ihr Coach. Mein Aufbauspiel im Entwurf. Am Zugzugfahrt denke ich. Im Fastball. Am besten ist mein Wurf. In der Bezirks-Oberliga bleiben. Einen Stammplatz in der Herren 1 zu bekommen. Mich als Spielmacher zu verbessern und besser 3 werfen zu können. Das ist das familiäre Zusammensein, das ist alles der Letzte. Ist das Sie? Der Team zusammenhalten und lässt uns alle gut verstehen. Coaching. Mountainbiken, Laufen und Skaten. Nein. Keine. Andere Sportarten. Nein. Gesünder lernen. Weniger Alkohol trinken und endlich Spiele gewinnen mit der ersten Herren. Party. Weil man Leute kennenlernt und man laufen kann. Früher Party. Jetzt muss ich in ein Beide. Zu allem. Beides. Beide. Musik. Musik. Weil es Spaß macht, wenn man nichts hin kann. Musik. Weil es einfach mehr Auswahl gibt. Film. Warum? Weil ich nie so ein musikalisches Kind war. Musik. Musik. Mäckly wär geil gern. Kräger. Irgendwas, wo ich mir die Weine rasieren kann. Bier. Bier, weil man da einfach nur den Denken von der Flasche machen muss und die nicht zusammenwixen. Bier? Ja, man spielt mehr. Viel zu alt. The Flash. Irgendwann mal glücklich. Die Frage ist halt, wen juckt? Mission Impossible 5. Cotec X. 300. Ich spiele Six Packs und lauter Schafe, man. Amorikanisch, weil es da viel Fleisch gibt. Bayerisch, weil nichts geiles als Meiselisch. Italienisch, weil Pizza. Streaker me like. Find me a like.